Grüezi miteinander, halli hallo, grüße euch zum nächsten Trailer. In der Reihe, trotz Corona-Wahn, folgendes darf nie vergessen werden. Hier jetzt die Ankündigung für den dritten Teil. Es geht um die Inobhutnahme durch die Jugendämter. Es geht um Kinderrechte sollen ins Grundgesetz. In Hessen sind sie nicht im Grundgesetz, sondern in der Landesverfassung. Und hier nochmal ein bisschen was zur Armutsgefährdung. Und das könnt ihr dann schauen bei Bitschut, bei VK, die sich das Ganze bei Wegnews.tv anschauen. Entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, Return, Ender-Taste drücken und ihr kommt zum Hauptfilmchen. Und dann würde ich sagen, dann doch hoffentlich bis gleich und heute ist der 08.06.2020.